Wir haben Johannes Oerding bei uns zu Gast beim Talk der offenen Tür. Der ist mal Pfadfinder gewesen und die leben bekanntlich nach dem Motto Jeden Tag eine gute Tat. Mal sehen! Hallo! Sieht so hilflos aus. Kann ich Ihnen über die Straße helfen? Das ist eine Frechheit! Frechheit! Stopp! Also wenn die Alte nicht um 11 Uhr morgens ihren Kuba-Liebe kriegt, dann ist sie unausstehlich. Das ist eine Frechheit!